Was geht Leute? Wir sind hier im Kalix Park. Heute ein bisschen Session mit dem Gast Kubios. David Kubios aus Kolumbien ist heute dabei. Macht ein bisschen Dynamics mit uns. Teacht uns ein paar neue Tricks. Yes, ich zeige euch einfach ein paar Kombos von ihm und wie wir selber so trainieren. Leider bin ich momentan raus. Ich habe meine zwei kleinen Zehen gebrochen. Aber zwei Wochen soll es wieder weg sein. Also dann geht es weiter. Und yes, viel Spaß beim Video. Let's go. Let's go, Yevgeny. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Yes, oh. Victorian. Victorian check. Nice one. Ui, full plan strike. Right shoe. Christian ist auch am Start. Be sit. Handstand. Handstand. Press. Kombination. Oh, ja. Let's go. Ich kontrolliere alles, bro. Fast. Let's go. Full planche. Hold it, hold it, hold it. Wow. Front touch. Let's go. Hold. Hold, bro. Hold. Nice. 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 Yes. Nice take, bro. Nice tod good. Nice ult. Nice. mit d ja ja Let's go Let's go Let's go I feel like I have to Bingo Hold it Hold it Hold it Stark Halt, halt, halt Back lever A little deeper Let's go Come on Yes 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 Let's go Yes You have to do it Oh Let's go Easy Nice Yes Yes Let's go Let's go Oi Let's go bro Let's go Yeah man Let's go Let's go Halt Yes Yes Oh bro This combo was so sick man Yeah Du You They You Now When You 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 Let's go! Let's go! Oh, man! Wollen Sie die Computer? Zero to zero! Time starts! 360, double, triple 7-13! From Rockland City! Let's go! Let's go! Let's go! Giant L.E. Holy shit, guys! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Touch, boy! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! That was a close one! Five! Let's go! Oh, my God! That was a close one! Five! Let's go! Let's go! Let's go! Yeah! Let's go! Thank you! Seven! Woo-hoo! But there's a close one! Let's go, man! Wow! Let's go! And.... Super Roll! Ah, ist der Lock! 7! 3! 3! Ich bin bereit für euch. 40 Sekunden, 20 Sekunden left. Let's go! 5, 4, 3, 2, it's time! Let's go! 5, 4, 3, 2, it's time! Let's go! I am the god of sin! Oh! Giant King! Another center! 4, 3, 2, it's time! Giant King! Ginger! Oh! Kassel! Let's go bro, let's go! Let's go! Let's go! 7, 20! 7, 20! Yo, let's go! Let's go! Oh, yes! Yes! Let's go! Let's go! Two minutes left! Two minutes! Two minutes! Let's go! Three, two! Holy shit! Holy shit digger! One, two, three! Let's go! Six, seven, seven! One! Two, one, conta synagogue! Let's go! 10 Sekunden! 20 Sekunden! Ja, das ist bereit, bro. Er ist bereit! Let's go! Let's go, bro! Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0! 10 Sekunden! 10 Sekunden! 10 Sekunden! punk! 20 Sekunden! 40 Sekunden! 40 Sekunden! 30 Sekunden! Und run! RUN! Focus! 20 Sekunden 10 Sekunden 10 Sekunden 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Let's go! Let's go! Let's go! 7, 20 1, 2, 3, 1 2, 3, 2, 3, 3 Go! 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1 2, 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! 720, bro! Yes! Bravo! And we've got one minute and 30 seconds left. Let's go, Roman! Trip! Jogging! Oh! Not done! Oh! Oh! What the f**k? What the f**k, bro? Come on, come on, come on! Come on, come on, come on, come on, come on! One! Front touch! And 45 seconds! Come on! Let's go, bro! Let's go, bro! Let's go, bro! Yeah, let's go! Yeah, let's go! Let's go! Yes! Let's go! Five! Four! Three! Two! One! One! Yeah! Woo! Das war das letzte Battle des Englund. Es war sehr nahe zwischen euch. Wenn ich es richtig habe, dann war es nur 1 oder 2 Punkte auf Dezibel. Und der Winner ist... Streicher Musik In Brüder und die Brüder. Let's get that knack. Und dann wurde die Brüder. Okay, das heißt gerade erst aus der Ruhenswarte zurückgekommen und ich habe so krass bekommen. Nichts, nicht nur geil, nicht nur super geil. Hey Prüfer, wir haben nichts zu sagen, für diese guten Leute heute, die Sie für die Champion voted. Sie können sogar sagen in Spanisch, wenn Sie wollen. Sie hat nur aus der Herzen. Und natürlich auch an euch ein großes, großes Dankeschön, dass ihr heute so geil supportet habt, dass ihr komplett für die Athleten da wart. Ihr seid ein unglaubliches Publikum. Einen Applaus für euch! Wir sind ein unglaubliches Publikum. So cool!